Der Mörder, der Böse ist nicht immer der Unternehmer. Der Tatort ist Kult. Wer guckt ihn nicht gerne? Ich auch. Aber gerade deshalb, weil er so beliebt ist, weil ihn so viele gucken, muss man natürlich schauen, was wird da auch so unterschwellig mit transportiert. Wir haben uns die Zahlen mal genau angeschaut. Und mit großem Abstand sind das mittelständische Unternehmer. Das ist nicht wirklich repräsentativ. Ein Klischee, was in der Gesellschaft weit verbreitet ist, gegenüber Selbstständigen, gegenüber Unternehmern, das ist nicht gut. Das tut auch unserer Gesellschaft nicht gut. Denn immer weniger Menschen möchten sich, junge Menschen suchen, den Weg in die Selbstständigkeit. Viele gehen auf die Straße, kämpfen für Demokratie, weil da draußen ein rauer Wind weht. Und deswegen müssen mal alle gesellschaftlichen Gruppen wieder zusammenwachsen. Da kann es nicht sein, dass die Leistungsträger in diesem Land, die auf eigenes Risiko für Wohlstand und soziale Sicherheit sorgen, immer an den Pranger gestellt werden. Und daran wollen wir arbeiten.